Jetzt erst. So, guten Tag meine Damen und Herren. Sie begrüßen sich. Macht er jetzt. Alexander, ich habe es noch. Ich mache es noch, die du machen. Ich mache es noch. Ich habe es noch nicht gesagt. Ich habe es noch nicht gesagt. Heeeey! Ja, leider nicht in der Liga. Was ist denn so ein Tool? Mit Namen schon drauf. Aber warum so teuer? Achso, ja, das ist cool. Bei uns, also bei dir gibt es das nicht. Ich bin auch ein Spannungsvideo. 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 Ja, eigentlich nicht. Oh, ich habe noch was. Komm schon, du bist. Geht's doch nicht. Schnell damit. Komm schon, Hubschrauber. Das ist mein Mann. Da geht es natürlich mit der Kampfgericht. Hä? Da geht es natürlich mit der Kampfgericht. Ja, die hast du gerade am Hand. Yes! Ja, Mann! Vorsicht auf mir hier. Da vorne. Leute, Junge. Er macht das Mikro von der Kamera nicht kaputt. Ich reiche euch die ganze Zeit. Aber ist eine gute Sache, was du da machst. Das geht jetzt bei jedem Kopf. Also von uns. Warum sind bei uns die Fenster so aktiv? Ich gehe mal weiter vor. Aber doch nicht in der Mannheimer. Komm! Er schlägst du deswegen. Und die Oma will auch so hochhauen. Nein! 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 Ja, Mann! Ja, Mann! Ich würde mich freuen, dass der ein geüglicher Video ist. Posteroids! Posteroids! Ja, aber... Was wäre Timidus? Du musst sie dich überhaupt noch hinsetzen. Ja! Hast du es gesehen, wie das geht? So muss das. Ja, aber ich bin dafür zu weisen. Ach komm, der ist ja ein Stückchen kleiner als du. Ich habe euch schon gut ausgelegt. Ja, natürlich. Wie die erste Saison geht, ist es ganz schön stark. Das ganz schöne war es. Zwei Danks im letzten Spiel. Na ja, auf jeden Fall. René, der zaubert aber ohne uns hier. Ja! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja! Ich habe schon einen Hut bekommen, wo ich gesehen habe. Der fällt nicht noch raus. Was für eine Decke. Bierdecke. Was für eine Decke. Wo macht eigentlich nicht der Dunkelhäutige hier aufbauen? Der hat schon was drauf. Das ist ja nicht drauf. Der ist ja eigentlich bei uns. Der ist ja ganz schön flott. Der ist richtig zackig. Der ist richtig schnell. Der ist richtig zackig. Und da ist ja noch ohne. Danke. Du wirst weg. Wie das denn ausgehen mit und wie bei uns. Sehr gut. Der war zu irgendwie. Peter Wissler, der hat als Есть. Zwei Halbzeit. Zwei Halbzeit. Zwei Halbzeit. Ja, komm, René, René! Ja, Mann! Oh, Scheiße! Ha! Hab ich vergessen. War meine so ein Schnei. Geblocked, Juni, oder was? Ich mach einfach mal einen Monster Defense von René. Ich fang einfach mal weg. Jetzt fang einfach mal weg. Ups! Der wärmt immer mal. Er hat freut mich nicht. Zum Broth. Oh, schade! Den hätte der nicht stopfen können, das wäre für zu weit. Der rollte ihn auf vom Schick und kam ohne Eingewirrung. Der andere hat den Fizzo-Geralt. Ich glaube, wo ist man mit den Fizzo-Geralt? Lass man mich überhast eigentlich. Gehen wir nun vom ersten Fizzo. Das ist ein ganzes Preis. Das Kampfgericht hätte mal einen Namen eingrafen können. Ich glaube, dass es geht. Ich weiß nicht, ich war zum Beispiel nicht hier. Standortenfeld? Nein. Das überrascht mich jetzt. Ich bin doch nicht der Mann. Ich bin ja auch der Mann! Ich bin ja auch der Mann! Die Mann! Ich bin ja auch der Mann! Ich habe das am Ende nachgebracht. Ich habe doch mal den Kopf. Ich hab mal den Kopf. Ich habe dich am Ende gefahren. Ich habe mich am Ende gefahren. Ich habe schön aufgenommen, wie Frank gewechselt wird. Ich habe schön aufgenommen, wie Frank gewechselt wird. Ich habe schon eine Musik draufgelegt und dann passt es. Ich habe schon eine Musik draufgelegt und dann passt es. Ich habe schon eine Musik draufgelegt. Aber das sind nicht die ersten Punkte, die ich so sagen will. Nein, nein. Das war es nicht. Sie müssen. Junge! Frank, komm! Frank, komm! Ich kriege noch vier! Wechsel ist zur Halbzeit. Was ist los? Mach doch was! Auf Carino! Mit dem Tropinger! Ja, ja, ja. Gibt es aus in der Wege? Nein, wir hätten es machen müssen. Frank, komm! Frank ist noch hin! Der Frank, der wird nur gemobbt von seinen Mitspielern. Der wird nur gemobbt von seinen Mitspielern. Der wird nur gemobbt von seinen Mitspielern. Aber der bringt aufgeregt beim Freiwillen. Der wusste, dass alle Augen auf ihn lasten. Wie geht es mir auch geht, vor allem. 7-11. 7-11, geht doch gut los! Na ja, aber die müssen ja mit 15 gewinnen. Alter, die Klasseheit hat Ihnen halt eh hier draufgeschrieben. Oder wenn der andere verliert, dann wird es ja Differenz geregelt. Die gehen von mir aus mit 30 gewinnen und wenn der andere mal 22 gewinnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Turnover. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Ja. 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 – Ich bin auf der Höchste noch nach. – Ne, jetzt hab ich... – Ja, nach 10! – Oh, bitte, Juri! Meine Fleißen! Der hat genau das gleiche, der hat genau das gleiche. Ah ja, vielleicht bin ich ein bisschen schneller. Funktioniert ja nämlich, der ist zu gut. Ziel in der Sand. Ah, Sau. Ja, der ist schlecht, der das nicht kennt, als Zentrum. Ach so, ja. Ja, der ist eigentlich ziemlich knapp. Funktion gepackt, der ist ziemlich gut geworden. Oh, Scheiße. Video, stimmt ja. Oh, mach doch einen Spin-Move, Junge. Vom Ring geblockt. Machst du euch die Geschichten? Das war dieirtyste time. Ja, Mann! 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 Ja, Mann!